Habt ihr natürlich jetzt die Chance, 2x2 Karten für Cineplex Kasse für den Film zu gewinnen. Das einzige was ihr dafür machen müsst, ist auf dieses Video zu gehen, unten in die Kommentare rein zu schreiben, warum ihr gewinnen wollt und am besten gebt ihr uns noch einen Daumen hoch. Am 20. Januar geben wir dann die beiden Gewinner bekannt. Wir wünschen euch natürlich... uns zu dritt besprochen und haben die beiden Kommentare, die jetzt eingeblendet werden, zu den Gewinnern gekürt. Wir haben euch natürlich auch angeschrieben, ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt. Eure Kommentare im letzten Video sind auch oben angepinnt mit einem Herzen. Also wisst ihr hoffentlich, dass ihr gewonnen habt. Bitte schreibt uns dann privat, wenn es nicht geht, über Instagram von mir aus auch, eure privaten Namen. Und am 29. geht ihr dann mit euren Personalausweisen einfach zur Kasse. Da sind für euch jeweils zwei Karten pro Person hinterlegt und ihr könnt einfach mit Personalausweis euch die Karten abholen und den Film genießen. Natürlich könnt ihr euch dazu noch ein Popcorn holen und so weiter. Das war natürlich jetzt nicht darin, aber habt einfach einen schönen Abend im Cineplex Kassel. Und das wär's für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr mehr solche Verlosungen haben wollt, schlagt uns bitte vor, wir fähigen Film. Und natürlich immer gerne einen Daumen hoch oder abonnieren. Danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.